So, ähm, ich habe heute das CEP soweit fertig gemacht, äh, auf meinen Seiten erstmal die Buttons angelegt, bei den Joystick-Löchern, hier, äh, ich stehe mir selbst nicht, hier ist eins, hier ist eins, mir wurden leider die falschen Joysticks geschickt, und, äh, das ist natürlich auch noch, die Start-Buttons vergessen zu bestellen, das kommt noch, aber ich zeige euch mal ganz kurz, was ich, ähm, soweit gemacht habe, und zwar kann ich jetzt schon, tadaaa, mit meinem, Control-Panel, soweit arbeiten, also ich höre die Buttons einfach nur, eingestellt, also man sieht halt hier, High-Punch, ne, Block, High-Kick, äh, Low-Punch, jetzt wird es ein bisschen schwieriger für mich, Low-Punch, hier in der Mitte ist jetzt nochmal Block, das ist halt für Street Fighter, oder, äh, Killer Instinct, oder halt noch andere Spieler, ähm, oder natürlich der Low-Kick, den Run-Button kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, weil ich dafür meine zweite Hand bräuchte, um an die Tastatur zu kommen, das gleiche ist jetzt natürlich auch hier für Player 2, High-Punch, Block, High-Kick, Low-Punch, noch schon wieder der Block, das wird dann halt, der, mit Kick, oder mit Punch, je nachdem, was das einfach spült, äh, der Low-Kick, und halt den Run-Button, den ich wieder nicht zeigen kann, bei mir halt eine Hand fehlt. Soweit geht der iPack, mein Control-Panel ist fast fertig, außer dass ich halt gestern noch die, äh, Plexiglas-Scheibe zerstört habe, aber aus akutem Geldmangel werde ich mir die erst später zulegen und dann nochmal die Buttons und die Joysticks entfernen, wo ich mich jetzt schon wahnsinnig drüber freue, aber es klappt halt leider nicht früher, so, so eine scheisse Scheibe kostet immerhin 11 Euro und ich habe gerade einfach keine Nerven mehr dafür. Gut, das war's für heute.